Ich werde einfach nur auf der Donau hin und her schippern. Die Kamera muss mich nackt machen. Ja, deswegen habe ich die Kamera an. Die hat zu wenig Strömung, die geht eh nur unter. Bevor ich jetzt noch mehr pessimistische Kommentare bekomme. Wir sind hier in Lauingen, erster Weihnachtsfeiertag. Und wir sind kurz davor auf der Donau mit einem Seil, mit dieser Bar, die Sina und ich gerade aus einem alten Schirm rausgehurt haben, zu versuchen zu surfen mit diesem Seil, diesem Wakeboard, diesen Bodyboards und diesem Frim. Da bei Sina hängt das Seil, sie wird es mir hier rüber holen. Ich lasse mich rein, hänge mich dran, schaue ob es hebt. Das ist die einzige Angst, die ich habe, dass das Ding abwämmst. So Strömung ist es jetzt auch nicht. Famous last words. Du ziehst einen Neoprenanzug an und dann ziehst du noch einen zweiten drüber, oder was? Exactly. Weil warum neue Neoprenanzüge kaufen, wenn man genug hat? Und zwei Altaiver übereinander anziehen kann. Aha. Lara? Juhu! So, erster Strömungstest. Ich werde jetzt tryen mit den Flossen, wie gut man wieder rauskommt und wie stark überhaupt die Strömung ist. Er ist drin. Er ist nicht mehr drin. Dann kann ich sie raus. Also hier, gar kein Ding, Sina sofort rein. Mit Auftrieb Weste gar kein Problem. Hände arschkalt, das Ding richtig Gold, Füße ist halt auch Gold. Also mir ist null kalt, außer Griffel und Kopf ist halt trocken. Okay, also Setti hat jetzt das nächste Board am Start. Juli, es ist sicherer als ich dachte. Es ist sicherer als ich dachte. Ja, ohne Witz. Das nächste Board ist am Start. Wir haben das Instagram-Belt, kannst du wieder rauskommen. Okay, wir haben es jetzt ehrlich raus. Kratzinger sagt immer noch, es ist kalt. Aber die Sonne kommt hier genau unter der Brücke durch. Und wir ziehen jetzt immer denjenigen, der surft, hier ein paar Meter weiter ran, weil da die perfekte Strömung drin ist. Jetzt ist Ratzinger drin und versucht aufzustehen. Mal schauen, der war davor noch nie auf dem Surfboard, der Mann. Da ist er drin. Ich schaue hoch zu den Jungs, die das Ganze managen. Jetzt sehe ich hier, wie Ratzinger, der vielleicht nochmal fünf Kilo über mir ist, rangezogen wird von zwei Mann. Das Ding ist, ihr hört fast nichts. Wenn er sich jetzt traut, Rechtsgewicht drauf zu machen, hat er es. Fühlt nicht, hört nicht. Leg dich einfach rein und lass dich treiben. Das zieht dich eh raus. Ui! Juli, wie kalt ist es? Kalt! Wenn er jetzt leicht auf die Kante geht. Ja, 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 Juli! Die Sonne ist weg. Zina ist auch noch gestanden, wie ihr soeben gesehen habt. Ratzinger auch. Actually, jeder, der es versucht hat, ist gestanden. Einfach ultra geil. Und ich werde jetzt die ganze Video-Footage Ratzinger geben, dass der das alles zu einem Video schneidet. Blöd gelaufen! Ja, da waren wir so такие. Wir dürfen so schnell. Wir müssen jetzt auf garfaachen. Ist nicht notre Tag da! моst dissipation?! Das ist nass.